Musik Ja, ist es der 13. oder 14. Fall von Brandstiftungen im Raum Erzen im Weserbergland? Man weiß es inzwischen schon nicht mehr. Tatsache ist, dieser Brand deutet darauf hin, dass hier vorsätzlich Feuer gelegt worden ist, denn eine Strommiete, die brennt bei dieser Jahreszeit in diesen Minustemperaturen nicht ohne weiteres. Das ist völlig klar. Erneut auch der Aktionsradius Erzen und natürlich die Uhrzeit. Kurz vor 22 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger den Feuerschein. Die örtlichen Feuerwehren rückten aus und stellten rasch fest, dass sie am besten diese Brandsituation in der Art beheben, dass sie das Feuer einfach kontrolliert abbrennen lassen. Für die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen ist es eine enorme Belastung, an einem Sonntagabend zu so später Stunde ausrücken zu müssen. Wie gesagt, zum wiederholten Male, die meisten gehen einer geordneten, geregelten Arbeit nach, müssen am Montagmorgen früh aus den Federn. Es ist, um es mal ganz bürgerlich zu sagen, schon eine Schweinerei, was hier passiert. Das weiß der Brandstifter natürlich. Und er will ganz offensichtlich Macht ausüben, zeigen, dass er hier der Herr im Haus ist, in Erzen. Aber die Polizei hat ihre Maßnahmen intensiviert und wieder ist ein Hupfraube in der Luft. Hören wir den Statusbericht des Gemeindebrandmeisters von Erzen. Die Ortswerden, Königsförde, Erzen und Großberkel wurden gegen 22.10 Uhr zu einem Strommietenbrand gerufen. Diese Strommiete brannte in voller Ausdehnung, ca. 15 x 5 Meter lang. Wir haben uns dann entschlossen, diese Strommiete kontrolliert abbrennen zu lassen. Und haben danach die Ortswerden Großberkel und Erzen wieder herausgezogen. Wir wurden gegen 22.10 Uhr zu einem Strommietenbrand gerufen. Um diese Jahreszeit und bei diesem Wetter ist es sehr ungewöhnlich, dass so eine Strommiete brennt. Mondlicht aber ist nicht schlecht. Das kann auch schon mal in der Dunkelheit einen Brandstifter verraten. Das kann auch schon mal in der Dunkelheit einen Brandstifter verraten.